Dr. Merns Vorschlag Objektnummer SCP-001 Objektklasse Embla Spezieller Haltungsprozess SCP-001 befindet sich auf dem Gelände Null, im abgelegenen Ein Zaun wurde um den Umkreis von SCP-001 aufgestellt, um die Effekte zu beobachten. Zur Ergänzung der Gelände Null-Sicherheit dürfen nicht weniger als 5 bewaffnete Wachen vorhanden sein, um zu jeder Zeit ein unbefugtes Betreten zu verhindern. Das angrenzende Physiklabor wird zu jeder Stunde besetzt sein, um alle Anomalien zu studieren. Eine kleine Metallplakette, die eine Inschrift trägt, wird in gutem Zustand gehalten. Jeder Schaden soll der Wartung sofort gemeldet werden. Beschreibung SCP-001 ist ein kreisförmiger Kiesweg in einem Waldgebiet. Wenn gegen den Uhrzeigersinn gewandert wird, geht der Weg kontinuierlich bergauf, auch nachdem der ursprüngliche Punkt erreicht wurde. Wenn im Uhrzeigersinn gewandert wird, zeigt der Weg die gleichen Maßen bergauf und bergab wie erwartet. Ein Stufe 5 Zugang ist erforderlich, um auf das SCP-001-Experiment-Protokoll zuzugreifen. Die neuen Mitglieder, der Aufseher, des Kollegiums sind verpflichtet, Dokument 00105 zu lesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017